Oh, hab ich nicht gesehen. Ich bin gerade einmal ganz da unten gefallen. Das ist ne Vollmache hast du, ey. Viel Spaß da unten übrigens noch. Fürs weitere Leben, ne? Ich mach doch mal hier oben weiter. Scheißen frei ist. Und es wird schon wieder Nacht, ey. Der kriegt die Krise. Das wird voll schnell gemacht. Es kommt echt einem so schnell vor, obwohl es gar nicht mehr so schnell ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz kurz pennen und gehen dann in eine Höhle erstmal kurz. Nicht, dass wir hier 10 Folgen nur an Abbauen sind. Das waren nur 2, aber auch egal. 3, vielleicht. 3, 4. Ne, das waren 2. Ja, jetzt, aber davor haben wir ja auch schon aufgenommen. Boah, wie ich denn... Das ist ja alles hintereinander. Da, wo bei dir das abgekackt ist. Da haben wir ja auch hier fast nur das gemacht. Okay, stimmt. Boah, ey. Wie das heißt, äh... Okay, man hört grad... Alter. Wieso? Okay, jetzt geht's wieder. Alter. Da. Vor einem Einbruch. Bis zum Abwenden. Wenn man weiter ab, dann hab ich hier unten wieder Erde. Standbild. Standbild. VTW. Geht die noch weiter? Ja, also, ja, natürlich. Minecraft geht ja auch weiter. Nicht, dass jeder abschmiert. Ne, abschmieren tut's nicht. Das ist eher Minecraft. Bei mir hat ja grad in Minecraft ganz und gar nicht mehr... Uppsala reagiert. Und ich hab jetzt ja noch 3 FPS oder so. Alter. Alter. Okay, warte mal kurz. Ich mal mal an mal kurzen Aufnahme... Halt. Also, ich pausier mal immer kurz alles. Noi. So, da bin ich wieder. Ähm... Ja, ich hab jetzt mal an mal kurz den Matmos... Mod deinstalliert. So haltest du... Luus, exkriere! Ja. Auch nicht so haken. Okay, es könnte jetzt ein bisschen noch haken, weil sich die Welt grad neu generiert. Das ist auch gleich gut, natürlich. A-a... Ach, du heilige Scheiße. Standbild und so. What the fuck? Du hast gerade abgeschossen, ich helf dir mal. Ja, ich hab gerade nur noch ein Standbild. Ähm, wieso auch immer? Ohlala, ich hab gerade null FPS. Alter. Ohlala, wieso? Genau wie von mir früher, als ich auch null Standbild hatte. Ja, warte mal kurz. So, äh, ja, okay. Jetzt sollte es wieder gehen. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, jetzt läuft es wieder. Das ist gut. Ähm, ja, sorry, dass ich jetzt zweimal die Aufnahme wenden musste. Aber irgendwie ist jetzt kein Sound mehr da. Das ist auch irgendwie ein bisschen dumm. Ich glaube, der hat den Ordner irgendwie nicht richtig runtergeladen. Oder hat es nämlich alles geladen ins Soundpaket. Weiß ich nicht. Werden wir sehen, wann wieder Sound da ist. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass kein Sound da ist. Keine Ahnung. Achso. Wenn du, äh, den Resursus-Order gelöscht hast, musst du Minecraft einmal starten, äh, wieder stoppen und nochmal starten. Ah. Ja, okay, egal. Oder soll ich jetzt nochmal machen? Egal. Ja, gut, ich starte kurz, äh, ich starte kurz Minecraft nochmal neu. Bis gleich. So, nachdem ich jetzt Minecraft neu gestartet hab, geht, hoffentlich, das Sound eh nicht wieder. Ja, ganz toll. Ich hör mal an. Habe ich den Soundwork an? Ja, hab ich, keine Ahnung, geht irgendwie nicht. Frag mich nicht, warum. Ach, keine Ahnung, bei mir ging's. Muss ich mal gucken, oder der Sound-Codec oder so wird irgendwie noch geladen. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ähm, ja, dann halt mal ohne. Okay, ein paar Minecraft-Sounds hört man halt noch. Und ein paar halt nicht, wieso auch immer. Jetzt auch grad egal. Hier sind noch Kühe, die töte ich mal, weil die im Freien sind, die sind ja nicht in unserem Gehäger. Und ich, äh, ich hab gleich wieder, wie viel Leder? Äh, fünf Leder durch drei Kühe. Und da sind nochmal drei. Ja, man hört ja, man hört ja die Musik immer noch, deswegen ist es ja egal, ob ich jetzt hier den Minecraft-Sound noch hab. Irgendwie mit Invadeable gerade. Ah. Jetzt ist er wieder da. Ja, jetzt läuft er wieder. Gut, jetzt ist der Minecraft-Sound wieder da, wie ihr hören könnt. Keine Ahnung, der hat sich grad irgendwie neu geladen wieder. Keine Ahnung. Ich kämpfe grad so ein bisschen, damit ich wieder ein paar XP bekomme. Ich glaub, die Batch-Datei hat's, äh, ich glaub, äh, Minecraft hat's einfach. Ich hab grad den, die Sound-Dings sind grad nicht so schnell geladen. Okay. Gut, jetzt ist alles geladen, weil es hat grad mal Anna kurz ein bisschen gehakt. Leichter frei, mal ein Buch und so. Aha. Ja, jetzt läuft alles wieder ganz lustig, das ist oft schon mal sehr schön. So, jetzt erstmal wieder 8-Bit-Musik anhören. Tu das. Au, da. Ne, ich mach ein anderes wieder. Jetzt grad gar keine Lust, nein. Ja, das, das, das hört sich doch schon mal gar nicht mehr so schlecht an. So, und jetzt ab mit der Diaschaufel, ja, bis kaputt schlagen. Boah, mir ist grad echt extremst warm. Mir auch. Boah, ein Konon im Brühnetz war ich, äh, für euch auch, ja. Wir sind halt voll die verrückten Leute und so. Voll die Extremklatsche. Mhm. Boah, hey. Nur damit ihr was zu gucken habt. Ja. Obwohl wir noch nicht mal aufnehmen brauchen, aber wir wollten's halt, weil wir einfach Lust dazu hatten. Das zählt nicht. Was? Das zählt nicht, wir machen's nur für die Schuhshauer. Nur für die Schuhshauer? Ja, die Schuhshauer, ich hab grad voll versprochen. Schuhshauer? Ja. Schuhshauer? Das ist zum Chinesen, du, äh, okay, nein. Was hat denn das damit jetzt zu tun? Schuhshauer? Ich kann die Chinesisch so ein bisschen erzählen, oder, du? Ne, irgendwie nicht. Ja. Wein. Okay, jetzt, jetzt brauchen wir auch nicht mehr schlafen, jetzt haben wir die Nacht ganz überbrückt. Ja, ich bin jetzt wieder auf Lave 17. Wie hast du nass gemacht? Ich bin ja rumgerannt und hab ganz viele Zombies getötet. Du Arsch, ey. Ja, du wirst. Ich wollte die doch auch. Ja, du verzauerst dir dann die, äh, Schaufel und ich die Spitzhacke und dann, äh, mach ich halt immer die Steine um die Erde. Ja, ich wollte dann auch ne neue Spitzhacke. Ja, das ist doch klar. Ah! Ja, wir wollen das einfach nochmal. Hat, hatte ich eigentlich noch ein Bücherregal? Nein. So, ich geh dann jetzt mal gucken. Warte, warte, warte. Ich geb dir nochmal hier Leder. Die Viecher müssten, warte, komm mit, äh, die, ich muss mir eh noch, komm hinten rein. Oder bist du schon außenrum gerannt? Ja, die, ja. Okay. Äh, weil ich hol mir jetzt nochmal Mist und... Äh, da, 13, glaube ich wieder. Und mach die Viecher nochmal ein bisschen geil. So, bis gleich. Und töten nochmal ein paar. Damit die sich freuen können, die alten. Hm, tu das. So, jetzt geht's ab. Und außerdem, ich bin nur auf Level 2. Das müssen wir gleich auch nochmal in der nächsten Nacht ändern. Oh, hier ist ja alles groß geworden. So, du, 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 du. Du, du, du und du und du und du und du und du auch noch und du und du bist schon damit durch. Gut. Heißt Tötung, Schlachtung, leichte, ja, 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 leichte Schlachtung. So, wie viele Kühe sind denn hier noch? Ah, okay, eine können wir noch. Alter, wenn man Ocelots tötet, gibt's ja fast gar keine XP, Mann. Gibt's auch nicht. Kriegst keine XP, wenn du Ocelots tötest. Doch, ich glaub, einen hab ich bekommen. Boah, herzlichen Glückwunsch. So, Schweinis, ihr müsst jetzt auch nochmal dran glauben. So, du. So, du bist, du bist schon wieder geil. Du bestimmt auch, du, du. Hast du grad die Schafe oder die Kühe getötet? Die Kühe. Da kann, ey, hör mal auf, die Schafe zu töten. Junge, die kannst du besser, okay, doch. Für die Zwecke. Ja, Experience, Mann. Wir wollen doch, wir müssen bis Folge 100 fertig werden, denn... Okay. Brauchen wir auch kumpelverzauerte Sachen. Boah, Alter, ich kann jetzt lieber erstmal ficken. Ja, den einen noch so, die anderen lasse ich jetzt überleben. Boah, jetzt hat die noch Blinken der Herzen. Du hättest die erst nach dem Sex töten sollen. Ja, hab ich nicht gesehen. Oh. Hab ich nicht gesehen. Ich bin gerade einmal ganz da unten gefallen. Du hast ne Vollmacken, hast du, ey. Viel Spaß da unten übrigens noch fürs weitere Leben, ne? Ich mach doch mal hier oben weiter. Ja, ich bau mal ein bisschen Kohle ab. Du hast echt keine Ahnung, wie seht ihr mit deiner scheiß Kohle immer? Ich bau dir mal ein bisschen Kohle ab. Ja, ich warte das jetzt mal, um X-Premal zu bekommen, Arsch. Arsch. Na, das Skelett geht rauf. Du Arsch. Du hast mich Arsch genannt. Ich habe einen Arsch, aber ich bin kein Arsch. Und außerdem, ich kann sechs, äh, Sektchenbücker machen. Wollte ich nur mal, wenn du anmerken. Ja, dann mach schon mal ganz viele Bücherregale, dass wir auf Level 30 verzaubern können. Äh, hier ist Bruchholz. Lass mal nach unten da ran, ne? Boah, das mag ich irgendwie. So, erstmal Erde wegschmeißen, ey. Die ganze Scheiße hier so. Boah, jetzt habe ich kein Skin mehr, ey. Im Arsch, naja, Scheiße, ich bin drauf. Ich habe keinen Skin. Wo sind die Bücher denn da? Oh Gott, ey, ich habe gerade gedacht, die Ölste sind weggeschmissen. Gut, fünf Bücherregale kann ich machen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Ich weiß, ich kann nicht nur zehn. Dann guck ich schon mal auf welchen Level wir verzaubern können. Ja, gleich. Ob wir vielleicht schon auf Level 30 verzaubern können. Bestimmt. Ich sehe mich sehr gut. Ist das, ist das wirklich runtergestuft worden oder ist das wieder nicht wieder hochgestuft worden? Ne, ist es runtergestuft worden. Also ich meine von runter wieder auf hoch? Nein. so ist ja auch 28 können wir verzaubern ja toll klatschen wir schaffen noch hier drei kühe können wir irgendwann noch und dann ist gut oder fläche mit 22 ich habe ja nur ich habe noch ein buch ja vielleicht auch nur eine von manchen kriegt man jetzt zwei oder drei leder so jetzt habe ich hier mit dem XP jetzt brauche ich mich hier wieder hoch ja ich gehe ich komme 19 lass uns also ich suche jetzt auch noch mal eine lass uns mal eine Höhle suchen mit ich habe schon eine gefunden eben in der Nacht kann man rein gehen scheiße aber wir müssen uns jetzt irgendwie merken unser Zuhause ist ich weiß weil wir beide kein Dings haben keine Reiz Minimap die reizt uns immer so müssen wir was essen ich muss mal was essen so ähm erstmal wieder das Papier reintun so und jetzt erstmal wieder rausgehen und abbauen 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 nicht einschlafen nicht ermüdigen abbauen und schön weiter abbauen 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 so jetzt geht's weiter hier was ich noch gleich mit stein auch weiter unermüdlich abbauen bei euch ist eine hülle kohle 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 haben wir bestimmt keine kohle mitgenommen Wollen wir mal gucken Vielleicht ist hier noch ein bisschen Kohle Kohle, Kohle Ähm Nix Kohle Gut, die Musik passt eh jetzt Gerade voll gar nicht Ja, kann sein Ja, kann nicht nur sein Iso Iso drink Iso drink Iso Iso tonischer drink heißt das Iso Iso drink Oh, ich hab noch Eisen gefunden Ah, gibt XP Weil ich es im Ofen brennen kann Ha, mohaha Eins und Ach, ich krieg Ich hab ja gerade eben XP wegen dem ganzen Fleisch auch noch gekriegt Ah, bin ich ein Schweißkund Von wo bin ich denn jetzt gekommen Ich glaub von da Bist du eigentlich Im Lager Okay, du bist nämlich gerade zu scheißen Ruhig, das geht gar nicht Das geht gar nicht Mehr reden, mehr attention bitte Du musst mich konzentrieren Ja, ich konzentriere mich auch gleich, du Geh mir jetzt nicht auf den Nerv Nicht du, ne? Ich konnte mich hier jetzt nicht mehr hochbauen Weil wegen Baum So, die Kolbekiste ist jetzt komplett voll Die Doppelkolbekiste Oh, ich hab Kohle What? Achso, ja, dann Ich hab jetzt hier über den Wertsachen angenommen Ja, genau Ja, mach mir nur eine Scheiße drauf Wir haben eh so viel Scheiße Okay, hier ist Gravill Gravill Ich will auch noch mal mehr Gravill verbauen Das tue ich auch gleich erstmal Tu das Deswegen wollte ich das jetzt mal ab Ja Mein Gravill haben wir wahrscheinlich noch Gravill Gravill Wie auch immer Scheiße drauf Ähm, ja So Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder raus Achso, hier ist der andere Eingang, glaube ich, gewesen Also müsste es hier nach Hause gehen Hoffe ich mal Unser Zuhause war Schneebiom, oder? Ja Ach, hier Ja, hier ist es Gut, ich hab's schon gefunden Erstmal ein bisschen Schnee noch mitnehmen Keine Ahnung Und hier im Vorbeigehen auch die Schaufel strotten Weil die Dia-Schaufel ist schon fast im Eimer Auf welchen Level können wir schon verzaubern? 28 Wir brauchen nur noch ein Bücherregal Dann können wir auch 30 verzaubern Gut Ich bin auf 19, gerade Du könntest schon verzaubern auf jeden Fall Ja, aber ich möchte auf die Level 30 warten Und das ist dann vielleicht schon hohe Effizienzkrieger Alter, hoffentlich kriege ich Haltbarkeit oder so'n Scheiß, ey Das hat mich ja nicht mehr auf, wenn man Haltbarkeit kriegt Und dann schauern wir das mal an, und dann kann ich mich als Jungs